Hi, wir sind Innerfields und Mahlen hier für das Studiohaus Berlin. Ich bin Destu. Ich bin Stefan von Tablet. Ich bin Dexter. Marsha. Ich bin Felix Rodewald. Ich bin Isakha. Christian Rothenhagen aka Diabolin. Ich baue hier mein Berlin. Das Ding hier ist entstanden aus einer ziemlich coolen Idee. Wir designen hier die Briefkästen neu. Gerade noch ein Prozess. Wir machen das vierte Obergeschoss in grün. Bis zum nächsten Mal. Oh, 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 oh.